Moin Leute, FxNoSkin hier. Das Star Wars Update ist jetzt hier an Fortnite und heute werde ich versuchen, nur mit der Macht eine Runde in Fortnite zu gewinnen. Das bedeutet eben, ich muss mein Lichtschwert nehmen und werde dann mit den Fähigkeiten, die du vom Lichtschwert kriegst, versuchen die Gegner zu killen. Ich darf nicht mal das Lichtschwert nutzen, ich werde es natürlich mitnehmen, weil ohne Lichtschwert kann ich die Macht nicht nutzen, aber ich darf mit dem Lichtschwert nicht angreifen. Wie gut das Ganze funktioniert hat, seht ihr im Video, also bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Und wenn es euch gefällt, würde ich mich mega über ein Abo und ein Like freuen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay Leute, los geht's, ich hab einen Plan und zwar werden wir zuerst bei Evil Square landen und zwar im Familienkeller, um hoffentlich dort ein 3D-Manöverapparat zu bekommen. Werden uns dann hier hin bewegen, warte, wir müssen raus, oder genau, werden uns dann dort hin bewegen, um nochmal die kinetische Klinge zu bekommen, dass wir halt das beste Movement haben, um direkt zu dem Lichtschwert zu kommen. Es gibt auch nur ein Lichtschwert, was für uns nicht zur Frage kommt und zwar ist das Lichtschwert von Darth Maul, weil es das Einzige ist, was Damage macht. Die anderen beiden ziehen einmal ihren Gegner zu sich ran oder stoßen ihn von sich weg, machen aber beide jeweils kein Damage. Äh genau, das heißt wir müssen halt nur dieses Lichtschwert schnappen, bevor es sich ein anderer schnappt. Aber ehrlich gesagt, die Runden zur Zeit sind total komisch. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Varianten, wie diese Lichtschwerter kommen können. Ich bin auf jeden Fall mega verwirrt irgendwie. Also ich hatte einmal eine Situation, dort sind zwei grüne gekommen. Und dann ein blaues, aber kein rotes. Ich hatte Situation... Mit krassem Ding. Komm schon, irgendeine Heilung. Ja, sehr gute Heilung, wichtig. Und jetzt raus hier. Einfach nur weg. Oh, komm schon. Wir müssen uns auch hierhin bewegen. Für die kinetische Klinge. Ich kann mal schnell gucken, wohin genau. Nach da. In einer anderen Runde musste ich fünf Minuten warten. Und zwar wirklich fünf Minuten, bis die Lichtschwerter kamen. Was auch total komisch war, weil in der letzten Runde hat es dann wieder nur eine Minute gebraucht. Warte, ich fliege ja völlig falsch. Oh mein Gott, die Lichtschwerte... Wir wissen, wo das Lichtschwert ist. Es ist direkt hinter mir, aber mein Drehmanöver Apparat ist leer. Nein. Komm schon. Ich muss da jetzt hin. Ich kann nicht sprinten, nix. Komm schon, bitte. Schnell, 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 schnell. Ja, 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 komm schon. Ich habe keine Waffe bis dahin. Ich habe so Angst, dass ich jetzt mal abgeschossen werde. Rein da. Oh mein Gott, erst mal jetzt schnell weg. Erst mal weg jetzt. Komm schon, weg, 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 weg. Tag, wir gehen erst mal hier schnell aufs Hausdach. Das war jetzt crazy schnell. Wisst ihr, was ich meine mit? Das ist irgendwie jede Runde anders. Das ist total komisch. So, warte mal. Wir haben aber perfekte Sachen, weil wir haben Heilung. Das heißt, wir haben jetzt Heilung, eine Movement-Sache. Jetzt kann es losgehen. Ey, jetzt wird es richtig lustig. Okay, Leute, wir sind fool. Wir gucken mal kurz was, weil wir als Perk haben. Es gibt nicht so viele, die uns überhaupt was bringen. Aber wir haben... Eisige Schlitterpartie. Das bringt uns aber tatsächlich was. So, ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal mit der Gegnersuche. Levelaufstieg, sehr schön. Ich gucke noch in die Chess, weil wir haben quasi keine Metz. Oh, Minis sind auch sehr, sehr schön. Hier sind überall keine Gegner. Ich würde halt ungern in die Stadt, weil da wirst du dann von allen Seiten besprayt. Beziehungsweise, wir könnten mal nach Frenzy Field schauen. Dort sind die meisten wahrscheinlich schon tot. Ähm, vielleicht begegnen wir auch irgendjemandem auf dem Weg. Hier ist jemand. Nein, 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 nein. Ich darf nicht das Lichtschwert nutzen. Oh Gott, der macht Druck. Komm schon. Oh mein Gott. So viel Dämmen. Ich habe keine Metz mehr. Oh mein Gott. Oh, schön weg hier. Wir müssen ihn immer austricksen. Indem wir hier diese Sprünge machen. Wir haben noch 5 Sekunden, dann können wir das Ding wieder nutzen. Wo ist er? Ich weiß nicht, wo er ist, Leute. Doppeljump. Er ist da. Und komm schon. Stier. Oh, okay. Diese Macht ist echt zu krass. Das ist absolut stark. Er hatte ordentlich Metz dabei. Er hatte sogar sehr, sehr viel Metall. Sehr, sehr, sehr wichtig. Vor allem, wenn es dann noch gegen bessere Gegner geht. Ich muss sagen, der war jetzt ja nicht der Beste. Was übrigens auch richtig stark ist, ist, wenn ihr hier diese unendlich Sprintflaschen trinkt. Weil die mit dem Lichtschwert. Schaut euch das mal an. Wie übertrieben krass das ist. Nun gut, Leute. Wir wollten nach Frenzy Fields. Deswegen, ich würde sagen, wir haben ein Kill in der Mitte gemacht. Sehr schön. Jetzt bewegen wir uns mal weiter hin nach Frenzy Fields. Vielleicht treffen wir noch jemanden auf dem Weg. Beziehungsweise sind wir da. Hier werden safe noch Gegner sein. Die Frage ist, wie gut sind die? Der ist schon der Erste. Wir verstecken uns hinterm Heuhaufen. Und los. Oh, ich habe gar nichts getroffen. Nicht gut. Was wir unbedingt gleich auch noch ausprobieren müssen, ist, dass wir ein Auto mitnehmen und dann mit dem Auto auf Gegner werfen. Das ist nämlich auch möglich. Das ist alles so, so crazy. Da ist er. Er hat keine Ahnung, wo ich bin. Oh, jetzt schon. Ich werfe ein Haus auf ihn. Ich habe das ganze Dach genommen und auf ihn geworfen. Holy Moly. Die haben alle Waffen und alles andere. Aber ich sage, ihr braucht keine Waffen. Das Einzige, was ihr braucht, ist dieses Schwert. Und ich nutze es nicht mal, ne? Ich nutze ja nicht mal das Schwert als Attacke. Ach, was übrigens auch noch ein kleiner Funfact nebenbei. Wenn ihr sprintet und ein Lichtschwert habt, aber nicht diese, ähm, hier nicht diese Getränke. Oh, hier haben wir noch ein paar mehr. Dann nehmt trotzdem das Lichtschwert. Denn wenn ihr mit dem Lichtschwert sprintet, lädt der es schneller nach. Also ihr verbraucht genauso viel. Aber er braucht, also wenn ihr normal sprintet, dann braucht ihr ja so drei Sekunden, bis der Sprint wieder anfängt, sich aufzuladen. Und mit dem Lichtschwert nur eine Sekunde. Das ist krass, was da der Unterschied ist. Also immer mit dem Lichtschwert sprinten. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt wieder hier unser 3D-Manöverapparat und versuchen weitere Gegner zu finden. Am liebsten hätte ich ja gerne noch Luft gekostet. Ich habe Angst, dass wir, wenn wir in der Luft sind, mit dem 3D-Manöverapparat weggeschossen werden. Da ist jemand. Komm, schau. Oh, ich habe nur einen getroffen, aber der ist schon wide. Okay, wir haben eine Abklingzeit von 11 Sekunden. Kurz einmal einbauen. Wo ist er? Wo ist er? 4, 3, ich sehe ihn nicht. Da hinten ist auch noch jemand. Aber es ist nicht der, oder? Hier muss auch noch jemand sein. Niemals ist der dorthin gegangen. In der Zeit. Der ist wirklich dorthin gekommen. Wie hast du denn das gemacht? Ist eh egal. Jetzt ist er tot. Let's go. Unser dritter Kill schon. Es leben nur noch 36 Leute, aber da können wir safe auch noch mal ein paar Kills machen. Okay, Leute, wir gehen mal als Zwischenstopp noch mal hier zum Tempel. Da muss doch jetzt einer sein, oder? Holy moly, hat mich die Insel erschreckt. Hier ist jemand. Sehr wichtig. So, wo ist der genau? Ich hab dich gehört, mein Freund. Im Nahkampf wäre es nicht so gut, wenn wir gegen den kämpfen müssten. Weil diese Kraft ist im Nahkampf nicht so stark. Wenn dir ein Gegner zum Beispiel einen One Pump gibt. So eine Runde davor. Oh, der ist hier drin. Ne, er ist nicht hier drin. Komm schon. Stier. Oh Gott, ich glaube, ich bin schon extrem schlecht mit diesen Fähigkeiten. Die sind aber auch erst seit gestern drin, will ich sagen. Das Video nehme ich jetzt schon ein bisschen. Ja, oh. Der hat die auch. Der hat doch gerade auch mit Steinen geschmissen. Wo ist er denn? Er ist da jetzt. Okay, okay, okay. Ich sehe ihn nicht. Da jetzt sehe ich ihn. Komm schon. Diesmal treffen wir alles. Ich hab wieder gar nichts getroffen. Oh, er hat mich getroffen. Er hat diese Fähigkeiten auch. Okay, okay, Leute. Wir müssen jetzt... Das ist kein... Zug jetzt nur. Die sagt, das kann bis zu 160 Damage machen. Das bedeutet, wir sind One. Hier kommt eine weitere Person. Wir gehen erstmal weg. Ich nehme das Auto aber mit. Ich nehme das Auto mit. Die ist jetzt auch ein bisschen besser. Die baut auch so. Oh, oh. Ah, wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie ein bisschen auf Abstand kommen. Ich würde am liebsten hier hinter dem Baum. Oh, die snipen auf mich. Hat er denn den anderen nicht gesehen? Die sind jetzt beide oben. Komm schon. 40 Damage. Sehr schön. Oh nein, es ist ein Sweater. Gegen Sweater ist die Sache nicht so gut. Sechs Sekunden noch. Oh, wir werden jetzt aber auch von allen Seiten abgeschossen. Uh, Leute. Wir gehen nochmal in den Tempel. Vielleicht hier ein bisschen Heilung. Nie gut. Ich würde sagen, wir überrumpeln den da unten einfach mal jetzt. Zack. Warte, ich muss hinter ihm. Der eine wirst einfach mit Eis auf ihn. Nein, er wurde gekillt. Und jetzt habe ich mein Auto geworfen. Ich baue mit Holz. Das ist nicht gut. Boah, ich muss in die Zone. Da drin sind noch Kämpfe. Ich warte hier. Ich warte hier, bis der eine aus der Zone rauskommt, Leute. Hat sich da hinten jetzt ein Sieger ergeben? Ja. Nein, der ist einfach so weit gegangen. Mann, jetzt habe ich voll viel Damage von der Zone bekommen für nix. Oh mein Gott, sehr, sehr wichtig. Oh mein Gott, der wurde hier so abgekämpft vom anderen. Komm schon. Oh mein Gott, wie konnte ich denn da nix treffen? Der wirft Granaten. Und der zieht mich zu sich ran. Wir müssen immer weg. Immer schön auf Bodennähe bleiben, Leute. Wir haben auch quasi keine Maps mehr. Boah, die hat die neue Star Wars-Waffe. Die ist gut, wenn man damit umgehen kann. Ich bin damit ehrlich gesagt nicht so gut. Das hat man noch in meiner allerersten Runde mit den neuen Y-Champs gesehen. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, das war sehr, 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 sehr geil, dann klickt hier jetzt einfach oben rechts. Komm schon. Er ist won. Komm schon. Nochmal so viel Damage. Ich werde auch noch von oben jetzt angegriffen. Oh mein Gott. Das war nicht schlecht von ihm. Aber wir sind besser gewesen. Komm schon. Jetzt oder nie. Ey, wie viel heilt er sich denn? Hier ist jemand. Oh mein Gott. Wie viel ist hier los? Nein, nein, ich muss auf Grunde Boden. Ich bin so hoch. Ich muss aufpassen, wenn mich jemand runterschießt. Boah, holy moly, was ist hier los? Vier Gegner noch. Da ist mein kaputtes Auto. Die Fax, gibt es nicht ein besseres? Da unten ist noch eins. Die Fax ist das besser. Weiß ich nicht. Das sieht schon sehr vom Strand mitgenommen aus. Aber es ist noch befahrbar. Sehr wichtig. So, Leute. Ziel wieder. Oh man. Wer schießt denn da auf mich? Echt jetzt? Lass das mal. Jetzt läuft er auch noch weg. Erst schießt er mein Auto kaputt, mit dem ich jemanden killen will. Jetzt rennt er weg. Ich hätte es jetzt extra geparkt, um ihn zu killen. Wenn ich das nehme, dann explodiert das jetzt direkt. Oh man. Ich brauche Heilung. Ja, da müssen wir jetzt ganz schön viele von denen hier trinken. Was habe ich hier? Saufkennen wäre jetzt so übertrieben stark. Exotischer Zufall. Eigentlich richtig gut. Saufkennen. Da ist er. Wir könnten ihn von hinten überraschen. Oh, jetzt haut er ab. Ich habe zu lange gebraucht. Alle sind hier am Moven mit den kinetischen Klingen. Aber ich habe keine. Ich habe nur diese Dinger. Okay. Nicht so hoch. Wir gehen nach hier hinten. Okay, okay, okay. Kein Fallschaden. Das ist hier wichtig. Wir haben keine Metzen mehr so gut wie. Oh mein Gott. Wir sind hier erst mal sehr gut versteckt. Da ist einer. Einer ist in der Luft. Komm schon. No way, der sich gar nichts getroffen hat. Komm schon. Schlitterpartie. Hier ist auch jemand. Wir haben keine Metzen mehr. Wir werden gepusht. Ich brauche die Metzen. Wir haben wieder Metzen. Wir haben Pool Metzen. Das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Einer ist tot. Nein, 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 nein. Komm schon. Nein. Meine Aufnahme-Ding war full und deswegen musste ich jetzt irgendwie eine neue starten. Ich bin so am threaden. Hier ist gar keine Zeit mehr, diese Fähigkeit einzusetzen. einzusetzen. Wann soll ich das machen? Ich hab wieder nichts getroffen, wie? Nein 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 No way Ich hab's nicht geschafft Es war zu schwierig ganz am Ende Vor allem ich konnte mich nicht konzentrieren Weil ich oben bauen musste Und da hat er mich immer runter geschossen Bevor ich diese Fähigkeiten nutzen konnte Wir haben aber nur mit Fähigkeiten Drei Kills gemacht Und wurden zweiter Platz Ich finde das ist nicht schlecht dafür Dass wir nur die Macht genutzt hatten Wir haben nicht mal das Schwert genutzt Ich habe shower Ich habe mich nicht versucht Entschuldigt Ich habe mich nicht partout Ich hab mir gedacht Ich habe mich nicht